Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, oder zu einem weiteren Let's Play League of Legends, hier mit dem AnGov. Hallo. Hallo. Willst du nicht sagen, wen du spielst und wo? Ja, also ich spiel Lux, ich bin ja Stormbreaker, nein, ich bin nicht 14 und der AnGov ist auch nicht 11, aber er spielt Nocturne, ich spiel Lux. Unser Team ist eigentlich relativ gut, wir haben einen Chogart im Jungle. Das ist eher ungewöhnlich, aber er kann es halt. Ja, hat er auch gesagt, das sind so lokale Deutsche, das ist schon mal gut. Ja, wir gehen auf eine Lane, ja. Akadi wollte unbedingt Mitte gehen und dann soll sie auch Mitte gehen. Ja. Wird uns nicht dran hindern zu gewinnen. Richtig. Ja. Ich denke mal, das wird Akadi gegen Akadi. Ja, das wäre nicht schlecht, weil dann kann man gucken, wer der Bessere ist, das ist ja nicht schlecht. Dann haben wir vielleicht, aber... Meister Yi, Xinsau, Pantheon, Super Damage Maker, die nerven halt. Aber gut, wir haben dich und Rund als... Ja, und der Chogart... Ikary. Ja, und der Meister Yi geht junglen, ja, das ist behindert. Aber gut, wir haben auch einen Jungle. Er muss halt dann gescheit ganken, dann wird das schon was. Ja. Ja, der Chogart hat einen Holz-PC, aber dafür können wir jetzt nichts. Kannst du ja rausschneiden noch oder so, wenn es zu lang dauert. Ja. Eventuell. Das ist so übertrieben. Schau mal bei den ganzen weiblichen Chars, ja, schau dir doch mal die Titten an. Übertrieben. Dazu äußere ich mich jetzt nicht. Okay, dann den Kommentar schreibe ich mir wirklich aus. Naja, gut. Ja, Pantheon hat schon... Der hat auch, also... Ja, ja. Weißt du, dem Niki fällt natürlich nur wieder sowas ein, ja. Wer hat denn damit angefangen, ne? Ja, ich rede wenigstens von Frauen, ne? Ja, komm. Kannst jetzt mal losgehen. Freunde. Trinder mit Flash und Teleport. Naja. Flash ist ein bisschen unnötig, aber... Man kann sich so rausdrehen. Ja gut, doppel rausdrehen. Schau nicht schlecht. Ja, wir haben halt nur zwei Entzünden, einen Exhaust und das war's. Die anderen haben halt einmal vier. Äh, nee, Exhaust ist ja Entzünden, hoppla. Nein, Exhaust ist... Nee, das ist nicht, Quatsch. Jetzt kommt der alte Erfahrene. Also keine Sorge, wenn ihr uns mal editiert hier auf... auf, auf, äh, im League of Legends, dann, äh, werdet ihr sehen, dass wir alles so, ja, um die 2000 gewonnen haben. Aber das ist ja normal, ja. Lügner. Nee, also er ist, ähm, Stufe 30, ich bin... was bin ich, 27 oder so. Aber... Ja, ihr werdet es ja sehen. Loops. Ja, nee, nee, Quatsch. Wir sind schon so Spezialisten. Ah ja, da geht's los. Also ich glaube, ich nehm' diesmal echt den Stun als erstes mit, oder? Ja. Also die Kugel hat's letztes Mal nicht so gebraucht. Wieso holst du dir jetzt eigentlich nur Dora ins Ring? Du kannst dir ja noch was holen, ne? Nee. Hä, bei mir reicht das. Ja. Hast du auch die Meisterschaften? Nee, 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 ich hab die Meisterschaften... Ähm, so... Ja, also dass ich kein extra Geld hab. Okay. Da war mir die AP wichtiger. Oh, ich hab's mal so gemacht. Nice. Lo, wie lange mein? Ah, nee, 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 oh, haha. Hm, lass stecken. Hm, lass stecken. Ja. So, oder nicht? Ja. Warte, warte, noch drei Sekunden, ah, da, la, 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 ich dann 지quata. Nein! Jawohl, den kriegen wir, komm! Nein! Er hat doch noch geblockt, der Penis! Ach, fuhr! Zum Glück habe ich den Heepot dabei gehabt! Naja! Zum Glück hast du es dann mitgenommen, Alter! Ja, Mann! Na, ist Akali, jetzt zu Hause zu Brot! Zu Brot! Brot! Ah, jawoll! Auto-Attack! Guck, da sieht man's! Auto-Attack for the win! Und jetzt Dauer! Jawoll! Ja, ja, Team aus Deutschen halt, ne? Ja, ja. Ja, ja, jetzt kommt wieder das Geflame! Ja, ja, das Geflame! Das kennen wir schon! Ja, wow, ich hab jetzt... Ich hab jetzt Aperonen drin! Was?! Ja! Naja! Was soll's! Einen Tower-Head kriegst du noch, so! Nice! Yes! Ja, Mann, zum Glück hatte ich den... äh, stun ready! Ohne den stunn wäre ich tot! Na ja, vielleicht hab ich jetzt verloren, aber... Heißt der, du schwuler Idiot! Ja, aber ich hab vier dabei... Also, kann nicht. Wenn wir lustig sind, dann... Wow! Alter, was will der jetzt hier? Nein! Er ist geführt, der ist weg! Jawoll! Den holen wir! Ah, fuck! Das war schon... Nein! Oh, der Drecksmeister! Ich komm, komm, komm! Alter! 25 Leben! Ah! Kackmeister je! Ah, egal! Nix passiert! Ja gut, wir sind beide gestorben, ne? Ah, es geht! Am Anfang ist nicht so schlimm! Boah, Alter! Ey! Jetzt find ich's nicht mehr so lustig hier! Wir müssen ein bisschen aufpassen einfach! Ah, sie verbraucht halt zu viel Marmer! Ah, sie verbraucht halt zu viel Marmer! Ah, das ist halt scheiße! Lol, wie's ihm halt gar nichts ausmacht, ey! Hm, nein! Ja gut, ich mein, der Schaden zieh ich schon, aber er achtet einfach nicht drauf! Schau mal, er lässt sich von jeder Scheiße hiten! Ah! Lol, ich hab ihn nicht getroffen! Schau mal, er hat einfach schon wieder voll life, Mann! Ah, die wird deinem machen schon Schaden? Wir! Wir! Naja! Ich glaub mit Cutter oder so wär's witziger geworden! Naja! Egal! Fick dich! Oh, das war sowas von klar! Achtung! Verdammt! Alter, Mann! Jetzt haut's schon rein hier! Ja, ja, ja! Stun ihn! Oh! Was gibt's mit dem ab? Was macht der denn? Er springt einfach rein! Ich hab Exhaust! Ich hab nichts! Ich hab nichts! Stun ihn irgendwie! Ne, ich kann gar nichts machen! Ich hab nichts ready! Komm weg weg! Aber schön! Neues one! Das war halt schon irgendwie scheiße! Schon Jogart! Was er da gemacht hat, weiß ich auch nicht! Boah, alter! Wollen wir den holen? Ja, schon! Aber ich hab halt nichts ready! Und ich hab keinen Mana! Oh nö! Der hat zwei Heal-Pots reingehauen! Vor allem müssen wir auf Meister E aufpassen! Ja, der auch! Ja, der wird jetzt gleich weggehen! Ja, oder zumindest geht er! Ja, jetzt! Komm, Lasse! Achtung, ne! Die kommen da gleich wieder raus! Ja, ja! Jo, war klar! Süß! Erst mal ne Kugel rein oder so! Ich hab nichts ready! Ich hab nichts ready! Nix, gar nichts! Ich hab keinen Mana! Nix! Ah, lol! Okay, jetzt hätt ich Ulti ready! Aber ich mach noch keinen Mana! In 19 Sekunden hab ich... Ähm, Clarity! Okay! Ah, die Akali macht wieder übelst Damage! Oh, das ist normal! Ja! Ja, komm! Ach so! Okay, ja dann! Komm, greif mich an! Komm, greif mich an! Nein! Oh mein Gott! Na! Ach du! Ach du! Ach du! Den hol ich mir! Oh du Sack, du! Du Sack!